Hallo, heute machen wir wieder eine Passübung, diesmal wieder als Partnerübung. Heißt, sucht euch einen Partner, Mama, Papa oder Geschwisterkind, Freund, Freundin, wie auch immer. Und dann machen wir Brustpässe. Heißt, ihr fangt an der Brust an mit dem Ball und macht dann einen direkten Pass zur anderen Person, sodass der Ball auch auf die Brust geht. Davon machen wir 20 Stück. Gerne dürft ihr auch laut mitzählen. 14, 16, 18, 19, 20. Sehr gut, wie gesagt, darauf achten, dass immer ein direkter Pass ist und nicht in so einem hohen Bogen. Und dann wünsche ich mir viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.